Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Bundesregierung sucht Strategie zur Anwerbung indischer Fachkräfte. Die Bundesregierung hat erkannt, dass der anhaltende Fachkräftemangel in Deutschland nicht länger ignoriert werden kann. In einer jüngsten Analyse wurde festgestellt, dass insbesondere Hochqualifizierte aus Indien eine vielversprechende Ressource darstellen, um die Lücke in verschiedenen Branchen zu schließen. Experten zufolge könnte eine strategische Partnerschaft mit indischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen eine Lösung bieten, um hochqualifizierte Arbeitskräfte ins Land zu holen. Im Rahmen von Gesprächen zwischen verschiedenen Ministerien wird zurzeit eine umfassende Strategie erarbeitet, um die Anwerbung indischer Fachkräfte zu erleichtern. Berichten zufolge hält die Bundesregierung es für essentiell, sowohl den rechtlichen Rahmen für die Zuwanderung zu verbessern, als auch die Qualifikation indischer Arbeitskräfte besser anzuerkennen. Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung hat betont, dass eine klare Kommunikation und Transparenz im Rekrutierungsprozess für die betroffenen Personen entscheidend seien. Um den Fachkräftemangel zu bekämpfen, plädiert die Regierung dafür, gezielte Informationskampagnen zu starten. Diese sollen unter anderem die Karrierechancen in Deutschland hervorheben und informieren, wie indische Fachkräfte von bestehenden Netzwerken und Unterstützungsangeboten profitieren können. Diesen Ansatz befürworten auch zahlreiche Unternehmen, die auf international erfahrene Mitarbeiter angewiesen sind. Eine Umfrage unter Arbeitgebern ergab, dass viele Arbeitgeber zunehmend bereit sind, sich um ausländische Fachkräfte zu bemühen. Ein weiterer Aspekt der Strategie ist die Vereinfachung von Visa-Prozessen. In diesem Zusammenhang sei angemerkt worden, dass aktuelle Verfahren vergleichsweise langwierig seien und häufig potenzielle Fachkräfte abschrecken. Die Bundesregierung habe laut internen Quellen bereits erste Schritte unternommen, um diese bürokratischen Hürden abzubauen. Neben der Anwerbung indischer Fachkräfte spielt auch die Schaffung eines angenehmen Lebensumfelds eine zentrale Rolle in der Strategie. Dabei wird angestrebt, mehr Informationen über deutsche Kultur, Sprache und das Leben in Deutschland bereitzustellen. Experten weisen darauf hin, dass eine positive Erfahrung in der ersten Zeit nach der Ankunft die Integration deutlich begünstigen könne. Die Bundesregierung ist sich der Herausforderung bewusst, aber auch optimistisch, was die Möglichkeit angeht, die benötigten Fachkräfte zu gewinnen. Die Entwicklungen der kommenden Monate werden zeigen, wie erfolgreich diese Initiativen umgesetzt werden können, um die Lücken in der deutschen Wirtschaft zu schließen. Autor Anita Farke, Mittwoch, 16. Oktober 2024 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.